Um ein Gewinde einzuhanfen, benötigst du etwas zum Aufrauen, also eine Beisszange oder ein Sageblatt. Dann natürlich den Hanf und die Gewindedichtpaste. Wenn du ein Kunststoffgewinde abdichten möchtest, kannst du das alles auf die Seite legen und du musst nur ein Teflonband verwenden. Das Teflonband würde ich persönlich nie für metallene Gewinde nehmen. Ich erkläre dir später im Video auch warum. Als erstes musst du jetzt das Gewinde, das du einhanfen möchtest, ordentlich aufrauen. Ich nehme dazu immer eine Beisszange. Du könntest wie gesagt alternativ auch ein Sageblatt nehmen, aber nur bis zu einer gewissen Grösse. Zu ca. 1 Zoll wird es dann schwierig mit dem Sageblatt wirklich das Gewinde schön aufzurauen. Jetzt ziehst du dir ganz einfach eine Portion Hanf von der Rolle und legst das Tier ein bisschen schön zurecht. Der Hanf wird jetzt ganz einfach im Uhrzeigersinn auf das Gewinde so aufgebracht, dass die ersten zwei Ringe frei bleiben. So kann nämlich das Gewinde, wenn wir es nachher eindrehen möchten, noch richtig fassen. Mit meiner Hand bringe ich den Hanf richtig schön tief in das Gewinde rein. Wenn du ein grösseres Gewinde hättest, könntest du auch eine Stahlbürste dazu benutzen. Hier kannst du sehen, dass die ersten zwei Ringe vom Gewinde frei von Hanf sind. Nun nehme ich mir eine kleine Portion von der Lichtpaste und kann diese auf das Gewinde auftragen. Mit meinen Fingern bringe ich die Paste so richtig tief in das Hanf rein. Das mache ich auch im Uhrzeigersinn. Wenn du ein Gewinde mit Teflon abdichten möchtest, dann kannst du das machen ohne das Gewinde aufzurauen. Du nimmst einfach das Teflon und bringst das im Uhrzeigersinn auf das Gewinde auf. Du darfst nicht sparsam damit sein, sonst ist das Gewinde nachher nicht dicht. Ich rate dir jedoch davon ab, ein Metallgewinde mit Teflonband abzudichten. Wenn du nämlich das Gewinde eindrehst und du drehst ein kleines Stück zurück, dann ist das ziemlich sicher undicht. Wenn du das mit einem eingehampften Gewinde machst, stellt das bei einer kleinen Bewegung zurück nicht ein grosses Problem dar und das Gewinde ist ziemlich sicher noch dicht. Bei einem Kunststoffgewinde sieht das Ganze etwas anders aus. Da kannst du nämlich nur Teflonband verwenden, um das abzudichten. Hanf würde da gar nicht halten und würde beim Eindrehen immer ausgedreht werden. Nimm einfach das Teflonband und wickele es ca. 4-6 mal um das Gewinde. Wichtig ist bei beiden Varianten des Abdichtens, dass du das Dichtband immer im Uhrzeigersinn aufdrehst, weil sonst dreht sich das Dichtmedium beim Eindrehen des Gewindes wieder raus. Hier kannst du gut sehen, wie das Gewinde nachher aussehen soll, wenn du das Teflonband aufgewickelt hast.